Was is the summer of 69? Hallo Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge 30 Days 30 Songs bei Bruce Hennessy Für mehr Freude des Lockdowns machen wir ja 30 Days 30 Songs und ich wünsche euch dann viel Spaß bei dem Video und los geht's mit dem Song! Das war's für heute und die Drei 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 Und Untertitelung. BR 2018 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 Ja, das war das Lied Summer of 69 von Bryan Adams und ich hoffe euch hat es gefallen und richtig Power und Rock'n'Roll. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da auf das Video und teilt es euch mit Freunden, Families und so weiter und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und ciao, ciao.